Im Rahmen des Abelio-Ersatzverkehrs in Baden-Württemberg, der THI Train Rental International verkehrt planmäßig eine Lok der Baureihe 110 vor einem Pendlerzug zwischen Tübingen und Stuttgart. Im Gegensatz zur Regionalbahn durchfährt der unter dem Personal liebevoll genannte Eilzug das Örtchen Wannweil und wird in wenigen Minuten Tübingen erreicht. Anachronistisch wirkt die Bügelfalte zwischen den modernen Triebzügen im Stuttgarter Hauptbahnhof, dessen Tage aufgrund des im Bau befindlichen Tiefbahnhofes gezählt sind. An einem Nachmittag im März 2021 wird der Zug 26779 bereitgestellt. Zuglok ist die E10 1309, welche durch die zahlreichen Einsätze vor dem Rheingold bekannt geworden ist. Bereits nach 40 Minuten Fahrzeit erreicht der Eilzug planmäßig die Universitätsstadt Tübingen. Am Stadtrand erhebt sich im Hintergrund die Schwäbische Alb. Einige Stunden später, an einem kalten Wintermorgen, wird der Folgezug bereitgestellt. Es ist der 26778. Im Anschluss folgt die Zugfahrt zurück nach Stuttgart, während die kalte Wintersonne das Land erhält. Im Anschluss folgt die Auskunft des Stuttgarter Hauptmanns. Im Anschluss folgt die Auskunft des Stuttgartes und denigen Z fingertén. Im Anschluss folgt die Auskunft. Im Anschluss folgt die Auskunft aus der Untertitelung des ZDF, 2020 Im folgenden April übernahm die Stahlblaue 110 428 die Leistungen. Hier sehen wir den gleichen Zug auf dem Rosensteinviadukt, kurz bevor die Penta die Landeshauptstadt erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zahlreiche schöne Strecken beginnen und enden in Stuttgart. Eine von ihnen ist die Frankenbahn in Richtung Würzburg. Vereinzelt kamen die 110er auch hier bis Heilbronn zum Einsatz. Die Wendezugsteuerung ist dort definitiv von Vorteil, welche die rot-beigen E10.12 der THI allerdings nicht besitzen. Die Enden lassen es sich auf dem künstlich angelegten Weiher gut gehen, während sich der Zug auf der Rückfahrt nach Stuttgart befindet, hier kurz vor dem Haltepunkt Nordheim. Am 12. Juni 2021 endet der Abelio-Ersatzverkehr der THI. Bis dahin wird noch einige Male eine 110, den 26779 im Stuttgarter Hauptbahnhof bereitstellen und die gute alte Zeit der Deutschen Bundesbahn zumindest kurz wieder aufleben. Freuen wir uns einfach, dass zu Zeiten der Digitalisierung und Corona diese Nostalgie im Alltag immer noch erlebbar ist. Die Stuttgart Untertitelung des ZDF, 2020